guten morgen meine lieben bei mir ist es gerade kurz vor neun und ich zeichne euch das video von meinen adventskalendern auf und ich sehe gerade dass ihr die adventskalender gar nicht seht weil ich viel zu groß bin so genau ich fange wie immer an mit dem ikea kalender und heute haben wir schon die fünf und ich habe meine app heute gar nicht aufgemacht das mache ich gleich die fünf hatte ich schon gerade gesehen da ist sie genau bei dem weihnachtsbaum und ich guck mal wieder kein fenster dann gucke ich jetzt auch nicht mit der app weil da war ja irgendwie die letzten tage das hat ja nicht so richtig funktioniert ja schokolade zum frühstück wieder weiß und dunkel schmeckt ein bisschen wie wie heißen die denn maß glaube ich ja so ein bisschen bisschen edler aber so in die richtung ja das war schon der adventskalender wie gesagt ich habe jetzt keine lust da noch mal zu gucken ich mache das in ein paar tagen noch mal heute habe ich ziemlich viel wieder auf dem plan und möchte mich nicht so lange mit dem video aufhalten bevor ich jetzt die anderen kalender aufmache ist mir noch was eingefallen und zwar ist dem ein oder anderen vielleicht aufgefallen dass die videos vom tag 1 2 und 3 die als erstes gemacht habe wo ihr drunter kommentiert habt die sind nicht mehr da ich habe aber drei mal das video neu gemacht ich habe sie noch mal ein bisschen bearbeitet und zwar war mir aufgefallen dass ich ja überall schlauerweise die internet oben diese zeile wo dann die links drin sind die waren ja alle sichtbar das heißt die hätte man sich einfach abschreiben können und wer dann wahrscheinlich zu den dateien gekommen das darf natürlich nicht sein also habe ich das schnell weg gemacht und also es mir gestern aufgefallen beim video schneiden und dann habe ich die offline gestellt und habe die drei noch mal bearbeitet und habe sie jetzt wieder online gestellt also wundert euch nicht ich habe jetzt nur pro forma wieder online gestellt damit die eben zum späteren angucken wenn jemand sagt ach ich möchte alle drei videos noch mal gucken ja dass er die dann auch alle drei sehen kann genau und deswegen habe ich wie gesagt die noch mal bearbeitet und habe sie halt neu eingestellt also falls ihr euch gestern gewundert habt dass drei neue videos kamen mit türchen 1 2 und 3 das lag daran ich habe auch heute eine andere lösung mir gesucht also ich habe die türchen von meinen plotter dateien die ich mir gekauft habe die adventskalender die habe ich mir vorher schon runtergeladen also ich habe sie mir jetzt schon angeguckt und tatsächlich sind heute wirklich schöne dateien dabei die mir gut gefallen und ja die habe ich hier oben auf meinem bildschirm deswegen habe ich da auch gerade hingeguckt und die zeige ich euch dann später also ich zeige euch dann quasi nur das fertige offene bild und eben nicht mehr die halt nicht mehr auf die internetseiten dass ich dieses ganze raus geschneiden nicht mehr habe weil das ist doch ziemlich viel aufwand dann beim schneiden zu gucken dass man das eben entweder so groß sieht dass der link nicht mehr in dem in dem sichtfenster sage ich jetzt mal zu sehen ist oder man müsste sich halt ja man müsste es halt alles verpixeln und das ist viel arbeit und da habe ich keine zeit für genau so weiter mache ich aber jetzt mit dem plotter marie und auch da habe ich die internetseite schon geöffnet und habe gesehen dass das wieder in verbindung ist mit einem türchen und zwar das türchen von morgen das gehört wieder zusammen und auch morgen kriege ich dann wieder ein video und ich denke ich werde das ähnlich machen wie beim letzten mal dass ich euch screenshots mache von den sachen die sie dann damit gemacht hat oder vielleicht habe ich auch morgen tatsächlich mal ein bisschen zeit was mit euch tatsächlich zu basteln das weiß ich noch nicht und wir schauen hier einmal rein und wir haben hier wenn ich das richtig sehe ich glaube das ist eine duo ane das sind zwei auf die ich dachte erst das wäre eine duo flex aber nein es sind zwei flex folien und zwar einmal in schwarz und einem weiß und falls mir das morgen nicht gefallen sollte bin ich sehr glücklich über diese schwarze weil ich habe nämlich gestern meine letzte aufgebraucht ich habe gestern noch einen auftrag erledigen müssen und also ich habe ein blog gesponsert meeting jesus nennt sich der und da wird jedes jahr eine coole aktion gemacht kurz vor weihnachten und zwar gibt es einen bibelspruch und man kann dann dazu ein bild malen oder grafisch gestalten oder einfach nur ein text oder einfach handwritten oder was auch immer wozu man lust hat muss halt zu diesem spruch passen beziehungsweise der spruch sollte drin vorkommen und ja dann wird ein gewinner gekürt und über die letzten jahre hat sie halt immer immer mehr sponsoren bekommen und die gewinne da die haben sich echt gelohnt es ist leider schon zu spät ich hätte das mal viel früher erwähnen sollten in irgendeinem video ich werde es aber trotzdem unten mal verlinken dann könnt ihr euch mal angucken was für tolle karten da zustande gekommen sind sie hat auch ein online shop und man kann dort die karten auch bestellen genau und auch die vom letzten jahr da gibt es auch glaube ich wenn ich mich richtig erinnere ich möchte euch jetzt nicht anlügen schaut bitte selber nach aber ich glaube es gibt auch kostenlose karten aber sie hat halt eben auch einen ganz normalen online shop wo man eben auch tolle sachen kaufen kann genau wie gesagt den werde ich euch auf jeden fall unten in der infobox verlinken so ja hier haben wir also wie gesagt eine weiße eine schwarze flex folie und ja die kann ich mir wieder an die seite und dann gucken wir mal was morgen da so draus gemacht werden soll so den packe ich mir jetzt noch mal ein bisschen an die seite und nehme euch mal mit auf meinen bildschirm und zeige euch einmal kurz die bilder die ich dann heute bekommen habe so und das erste was ihr hier seht ist von tinten rebell ja finde ich ziemlich cool muss ich ehrlich gestehen das ist wirklich mal was was mir richtig gut gefällt so ein säbel zahntiger ja kann ich euch jetzt auch nicht erklären warum es gefällt mir einfach finde ich sehr schick so und das zweite bild was ich euch zeigen möchte das ist von tante plotter und auch das gefällt mir sehr sehr gut eine seerose mit ja hoffenweise schnürkel drumrum finde ich sehr schick werde ich auf jeden fall was für mal von machen und ich weiß auch direkt dass eine meiner besten freundinnen dieses teil lieben wird und das werde ich ihr auf jeden fall zu weihnachten noch machen da kriegt sie noch ein geschenk und top da wird sie sich freuen die steht nämlich total auf solche blumen genau und da freue ich mich riesig dass ich da noch ein zusatz geschenk habe ja und so geht das video auch mal eine ganze ecke schneller passt mir heute ganz gut wie gesagt wenn das jetzt immer so schnell geht vielleicht mache ich dann auch tatsächlich mal was mit euch so und da bin ich wieder und ich öffne wieder mein schleifchen und suche mir die fünf und ja da fange ich jetzt mal wieder von vorne an weil ich weiß gar nicht jetzt die 6 24 1 19 13 94 15 23 11 so 16 20 war doch ziemlich weit hinten 7 22 5 ok das hat heute mal ein bisschen länger gedauert aber das macht ja nix ich bin immer noch begeistert von diesem heft wie toll sie das gemacht hat na also auch diese bindung respekt also da war einiges an kleber nötig glaube ich dass das vernünftig hält ich weiß auch gar nicht so genau wie sie das gemacht hat mit der bindung hast du da unten weil man sieht hier ich muss jetzt gerade mal ja hätte ich auch vorher mal machen können aber seht ihr das also da sieht man überhaupt nichts von irgendeiner bindung keine ahnung wie sie das gemacht hat ja ok und wir lesen den bibeltext dies ist der tag den der herr macht lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein psalm 118 24 und heute haben wir ein füchslein so schaut er aus ja und wie immer setze ich euch ganz kurz auf pause und such mal dieses füchslein raus so ich habe den fuchs gefunden das war gerade doof weil ich der ist nämlich hinter ein großes paket gerutscht und ich habe alle pakete durchgesucht nicht drin aber er war dann hinter diesem großen paket genauso und ich habe schon mal auf dem weg hierher versucht ein bisschen zu fühlen und ich würde sagen wie so ein perlenstrang oder so aber mit kleinen also kleine teile auf jeden fall aber ich kann es nicht genau sagen deswegen mache ich es auch einfach auf ein armband jetzt weiß ich warum du gelacht hast sehr cool weil ich ihr letzten armbänder zurück geschickt habe beziehungsweise ach die habe ich irgendwann mal bei allen glaube ich ja genau das habe ich mal bei allen gekauft und ich hatte ihr letztens so ein armband geschickt in diesem paket was ich ihr geschickt habe so ganz viel sachen drin waren die ich ja aussortiert habe aber das hier werde ich tragen weil also das von der zeit trage ich auch nur das hatte ich doppelt das mit tribute von panem das hatte ich doppelt deswegen habe ich das das eine abgegeben das andere habe ich aber noch und das hier werde ich auch tragen weil hier steht nämlich das könnt ihr mal wieder nicht lieben steht beliebt könnt ihr ist sie sind ja dann ist jetzt geliebt und mit flügelchen und dann könnt ihr vielleicht auch besser lesen da ist belief und dann sind hier solche flügelchen und in der mitte eine perle ja und das ist ganz ganz süß und am hier außen hat sie noch einen fotoapparat zusätzlich dran gemacht passend zu meinem foto hobby ja auch witzig hast du bestimmt zusätzlich dran gemacht oder war das schon dran ist ja auch egal auf jeden fall werde ich dieses armband tragen und zwar heute schon aber ich werde gleich mal meinen mann bitten dass was mir um macht ja sehr schön ja ihr lieben mein rotbäckchen habe ich jetzt vergessen rauszupacken da ist sowieso immer nur so fläschchen drin so interessant ist das nicht genau ja die welche aber trotzdem gleich trinken weil gerade zum frühstück ist das immer gut dieser kleine energie schub ja das war's für heute und ja wir sehen uns morgen wieder und morgen ist schon nikolaus und ich freue mich wirklich sehr auf das video von miss fruchteis und bin sehr gespannt ob sie sich freut über die sachen die da drin sind genau morgen hat sie zwei päckchen von mir eins was regulär im kalender war und eins was ich ihr später noch zugeschickt habe und da bin ich wirklich sehr also ja ich werde jetzt natürlich nichts verraten weil ich weiß ja dass sie dieses video hier guckt deswegen möchte ich nicht zu viel verraten aber ich bin da so ein bisschen also ich hoffe dass sie sich freut und dass das nichts anderes hervor ruft genau so mehr sage ich dazu jetzt nicht und ja mausi wenn es dir ganz nahe geht morgen das zusätzliche geschenk dann ruf mich bitte an ich bin natürlich für dich da ok gut dann sag ich auf jeden fall bis morgen und habt einen superschönen fünften adventstag und wir sehen uns morgen nicht so jetzt hatte ich die aufnahme schon beendet und ich habe ganz vergessen ich wollte euch ja für den nikolaus morgen noch mal eine plotter datei zur verfügung stellen und beim letzten mal war es so dass irgendwie nur eine person auf die frage geantwortet hat mich aber im nachhinein leute angeschrieben haben gesagt haben hier ich hätte die datei gerne und ja wie gesagt wenn ihr die datei haben wollt die ich jetzt zeige unten in der infobox findet ihr meine e mail adresse schreibt mir eine e mail adresse und dann schicke ich euch die datei zu genau so einfach machen wir das also jeder der die datei gerne hätte schickt mir einfach eine e mail adresse und ich schicke sie euch zu gut und wie sieht die plotter datei aus und zwar so passend zum advent ein adventskranz sozusagen mit vier kerzchen mit motiven da drin so genau das ist die datei ich habe tatsächlich auch schon hingekriegt eine datei zu machen jetzt muss ich noch mal ganz kurz weg gehen moment ja wie mache ich das jetzt doch ich ziehe das hier einfach rüber macht das groß und dann zeige ich euch noch mal den links das hier ist die stick datei dazu ihr seht die bilder sind nicht so ganz hundertprozentig also die krone erkennt man schon nicht mehr so wirklich und da unten der stern der sieht auch nicht mehr so ganz aus wie ein stern aber besser habe ich es nicht hingekriegt das wäre dann die stick datei die dann auch dabei ist für alle die jetzt keinen plotter haben die können das dann ein stick datei sich runterladen beziehungsweise schreibt mir ob ihr eine ob ihr die plotter datei haben wollt oder ob ihr die stick datei haben wollt die stick datei schreibt bitte auch dahinter welche endung ihr braucht welche datei endung also ich habe zum beispiel ein browser ich brauche eine ps datei dann gibt es ja aber verschiedene hersteller von nähe oder stick maschinen und die haben alle andere endungen und die meisten endungen kriege ich hin ich werde mal kurz gucken wie ich das hier genau auf export und dann zeige ich euch einmal ganz kurz das sind die sachen die ich hinkriege also dst exp pcs h us vip shv jf sw csd und xxx die sachen bekomme ich hin um diese datei abzuspeichern also falls ihr eine stick maschine habt die eine dieser endungen habt schreibt mir eine e mail ich möchte gern die stick datei oder von mir aus auch beides ist egal ich möchte das gerne haben und schreibt mir dazu für die stick datei welche endung die plotter dateien gibt es immer in svg vielleicht pack ich auch noch in einem zip ordner die bild dateien dazu das gucke ich dann genau okay ihr lieben ja dann war es das jetzt aber wirklich und wie gesagt habt einen schönen tag bis morgen tschüss